Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch kurz die Bauteile eines Geschirrspülers von unten zeigen. Auf der linken Seite haben wir oben den Salzbehälter und unten den Ionentauscher. Nicht erschrecken, der muss so braun aussehen, da ist also nichts defekt oder verschmutzt. Das ist normal. Hier oben haben wir den Sensor für die Salzmangelanzeige. Auch dieser kann manchmal ausfallen. In der Mitte haben wir hier den Schwimmerschalter. Der sitzt auf ein kleines Stück Styropor und löst aus, wenn sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Hier unten dieser kleine Motor, das ist die Wasserweiche. Die Wasserweiche dient dazu, das Wasser zwischen den oberen und den unteren Sprüharm zu verteilen, welches aus der Heizpumpe kommt. Gleich neben dem Wasserverteiler haben wir die Heizpumpe. Die ist häufig für den Fehler E09 verantwortlich. Hier oben angesetzt befindet sich die Ablaufpumpe. Die kann defekt sein, wenn ihr den Fehler E24 angezeigt bekommt. Hier an der Seite, wenn man den Ablaufschlauch herauszieht, dieser ist nur eingesteckt. Ihr seht, hier kommt noch ein wenig Wasser raus, sieht man die Rückschlagklappe. Die macht allerdings bei den Geräten relativ wenig Probleme. Der Schlauch ist wie gesagt nur aufgesteckt und kann einfach wieder eingeschoben werden. Dann haben wir bei Geräten mit Zeolit-Trocknung hier noch den Zeolit-Lüfter. Der ist im Normalfall für den Fehler E07 verantwortlich. Hier in diesem Gehäuse steckt der Glasheizkörper für die Zeolit-Trocknung. Der ist für den Fehler E31 und E10 verantwortlich. Um den zu tauschen, muss zuerst der Zeolit-Lüfter entfernt werden. Und hier unten haben wir noch den Behälter, wo das Zeolit-Granulat drin ist. Und als letztes auf der rechten Seite befindet sich die Elektronik. Um all diese Bauteile austauschen zu können, empfiehlt es sich immer, die Bodenwanne abzubauen. Wie das funktioniert, verlinke ich euch hier nochmal.